Musik Mir macht es Freude, dass ich aus dem Club hochqualitätssportler rauskriege. Wir setzen uns hier etwas stärker durch als jeder andere Verein. Das geht nicht ohne hartes Training. Disziplin hier, Disziplin draußen auf der Straße, Respekt vor Alt-Jug, in der Schule und zu Hause genau das Gleiche. Los geht's! Am Anfang wärmen wir uns und da joggen wir immer. Musik Hier im Boxclub können Sie Disziplin lernen, an einer Sache bleiben, Erfolge feiern und dadurch Selbstbewusstsein für Ihre Zukunft schöpfen. Der Boxclub ist enorm wichtig für den Kiez. Musik Ich habe alles hier gelernt und deswegen mache ich das auch hier unbedingt in meinem eigenen Bezirk. Es gefällt uns ganz viel. Und dass es wie eine Familie ist. EZ ist ein sehr guter Trainer. Er ist gut. Er ist nicht so streng. Ich bin streng. Ich muss streng sein. Es ist zur Zeit einer der größten Boxsportsrunden in Deutschland. Bis jetzt haben wir insgesamt 23 Goldmedaillen nachgelegt. Musik Ich versuche hier fünfmal in der Woche zu trainieren. Zinsmal. Zwei Mal. Fünfmal in der Woche. Musik Musik Muhammad Ali und Manny Pacquiao. Mike Tyson. Muhammad Ali. Ali, Roy John. Klitschko ist mein Vorbild. Die beiden. Yunis und Justin. Die beiden. Die Zwillinge. Damals waren sie 14, als ich sie kennengelernt habe. Die wollten hier natürlich bei uns trainieren. Ich habe denen dann gefragt, warum, wieso ausgerechnet wir. Dann meinten sie, wir werden bei den anderen Vereinen nie akzeptiert. Das hat mir ein bisschen am Herz berührt. Und dann habe ich sie bei mir angenommen. Und so hat die Karriere bei denen angefangen. Inzwischen hat Yunis die Weltmeistertitel geholt. Schon vor ich ganz klein war, habe ich geträumt, im Boxsportprofi zu werden. Den großen Boxern in den Ring zu streiken. Boxen ist mein Hobby. Ich will lieber ein ganzes Leben lang hier bleiben. 2005 war Boxen für Integration und um Jugendliche von der Straße zu holen durchaus umstritten. 2013 hat die Berliner Leben, die Stiftung der GEWOBAK, dieses Projekt übernommen und fortgeführt. Heute wissen wir, dass es eines der gelungensten Projekte ist, die wir, die GEWOBAK, jemals auf die Beine gestellt haben. Jim Boxsport Berlin e.V. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018